Oh, das ist auch ein Club-Game, oder? Was denn? Was? Nee, das ist kein Club-Game. Nee, das ist kein Club-Game. Nee, das ist kein Club-Game. Das ist ein gegenseitig Umbringer, aber das ist auch ganz lustig. Wir bringen uns eh nicht gegenseitig um, also von daher. Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ben & Eds Blood Party. Beim letzten Mal hatten wir eine Club-World. Jetzt haben wir die Welt, wovon ich letztes Mal gesprochen habe, und zwar, wo wir uns gegenseitig abschnachten. Ja, zu sehen, letztes Mal haben wir schon richtig gut im Team gearbeitet. Ich komme gerade am Ende hin, wenn es darum geht, das Ziel zu erreichen. Mal gucken, ob es jetzt auch so gut klappt, aber gegeneinander. Wir werden sehen, wer der Gewinner sein wird. Du musst die Leben runter machen. Nee, ich hab die auch gemacht, etwa. Ja, dann muss man sich 20 Mal umbringen wie wir. Weißt du, wie lang das dauert? Warum? Mach nochmal. Nein, nein, nein. Mach nochmal. Ja, ja, das ist mit dem Töten. Mach nochmal. Wir müssen fünf leben, würde ich sagen, ist fair, oder? Das sind vier. Nee, mach mal. Nee, mach mal. Nee, mach mal. Nee, mach mal. Ey, warte. Das ist jetzt fünf Minuten. Ja, reicht. Reicht volle. So. Da hast du gerade den Kopfbeschirrungen wegen der Haare. Dann schüttel ich auch immer den Kopf, weil es echt was bringt. Wie nehme ich das? Ah. Ah. Ach, Vanessa bringt uns jetzt um. Natürlich, das ist gegenseitig abschlappen. Komm her. Scheiße. Nessie, komm her. Nessie. Nessie. Ja, klar. Vanessa mit dem Löffel. Richtig fair. Ihr könnt euch doch auch mal nehmen. Wie denn? Wie denn, Nessie? Ehe drücken. Ehe. Danke für die Info. Ja, ich hab auch nur ausprobiert. Ich wusste das auch. Ich hör mal schon. Ja, warum eigentlich immer auf mich? Weil du gerade bei mir vor den Füßen warst. Ja, ich kann doch nur mal ziehen. Jemand machen, weil du direkt zu schlägst. Wie benutze ich das nun? Äh, du kannst damit fliegen, wenn du abspringst. Oh mein Gott, ja! Ah! Oh Gott! Ach, komm her. Versuch mich doch mal zu kriegen! Versuch mich doch mal zu kriegen! Versuch mich doch mal zu kriegen! Nein! Ich hatte keine Säge! almost nichts. Ich hatte auch keine Säge! Ich hatte die Säge! Ich hatte ne Kettensäge! Oh ne... O is, oh ne... Oh ja, ich habe eine Säge. Ich habe keine Säge! Ich habe keine Säge! O is, oh du bist, ich habe keine Säge! Oh ne... Ich habe keine Säge! die kettensäge ist voll scheiße weil die ein nutzer schnetzel und ein ganz erwischt es schwer außer du kannst den kicken dagegen glaube ich schaffen loch wir sind die anderen beiden wenn wir unsere nacht sind gekommen die tassen werde ich dir eigentlich neue zeit vernesser ja ja du wirst mir noch angezeigt weißt du lustig ist ich habe nur eine halbe kopfkarte also mich kann man gar nicht mehr kicken ich bin kick und schutzig also die spaßball umzubringen wie viele leben hast du noch bin eins und weil ich so klein bin kann man mich nicht umbringen heißt ich kann die zwei minuten gar nicht du kannst nicht treten was du gegen mich laufen hat natürlich unterstiegs aber mehr kannst du nicht machen du kannst nicht wirken na wie denn soll ich schon mal so ach so ich lieb bei dir noch da guck mal wo ich eigentlich liegt vorm tor das problem ist ich kann mich gar nicht mehr hier mach den hier kaputt kicken doch weg ist er schon tot der ist doch noch hier wie wir hier ach du bist das ja ich versuch es ja komm schon ich will gewinnen ich erwisch ihn ja nicht ja dann bück dich doch mal ich weiß nicht wie man sich fügt ist müssen der tod sein oder das habe ich den graf weggekickt kreibern backt sich voll durchs leben bei mir ja ich weiß ja auch gar nicht viel rum dann ist er komm her das ding ist ich hätte eigentlich gewonnen hätte ich einfach drauf gehalten wie vorher auch ich habe ich ja verschont ich habe ja noch gehört auf euch rein zu hauen ich hatte vier leben ich hätte gewonnen ja ich hatte vier leben wir machen es jetzt doch mal ok diesmal weiß man ja wie man drauf sehen kann wieso direkt auf einen losgehen so geht das spiel ja aber wenn du die vorst und zahle nicht vorst du hast dann direkt abgeschlagen dann hast du die sonne ich habe außerdem erst zugeschlagen wenn ihr schon rausgelaufen seid ja du ja du